Ich würde gerne für euch so ein Wrap machen mit einem schönen Rumstack in dünne, feine Scheiben, Schnätzeln, Pfanne, gutes Olivenöl rein, das Fleisch am Brutzeln, richtig schön heiß muss es sein, einen guten Pfeffer rein, dann ein paar Cashews, Puderzucker, es entsteht so ein feiner, leckerer Karamellgeschmack, Coleslaw Salat mit dem Rotkraut, Blaukraut, fein schnibbeln, in die Schüssel rein, ein Schlückchen Essig, etwas Öl, Ingwer mit einem Löffel, aber das geht. Reiben, dann kommt der noch hier dazu, mit den Händen ordentlich rein, schön kneten, zu dem Fleisch Tandori Passe, Tortilla Wrap, Kraut, Rucola, das Fleisch, Ränder freilassen, einschlagen und ein bisschen herziehen und jetzt feste drücken, auf der Nahtseite liegen lassen, einmal, zweimal, Das hier kommt hier oben ein bisschen drauf, der Chef mit seiner Chilisauce, Feierabend, Blitzesette, Express, ich trinke jetzt ein Bier, ciao.